Ich habe es aber nicht. Ich habe es wirklich nicht. Na schön, du hast es so gewollt. Bitte nicht, ich war es doch gar nicht. Nein. Ach, endlich bist du wach. Es war kurz in der Mund drauf. Heute ist ein neuer Schultag. Okay, dann stehen wir mal auf. Was ist das? Was ist das? Ich drücke mal drauf. Was ist das? Krass. Wow, das muss ich mir merken. Es wird aber so gern wissen, was passiert, wenn ich auf Normal drücke. Ich bin bereit. 3, 2, 1 Warte mal. Hä? Hä? Ich habe gerade die Zeit zurückgespult. Und das ist ja mega cool. Ein neuer Schultag, ein neuer Schultag. So, ich würde jetzt langsam aber auch gerne mal wissen, was passiert, wenn man auf Pause auf meinem Knopf, was da passiert, wenn ich da drauf drücke. Wir schauen mal. Na, du Loser, willst du Stress haben? Hä? Hä? Und Pause. Warte mal. Ich habe eine ganze Kunde gehe. Warte mal drauf. So, und jetzt nur noch den Hütterhelm dahin. Und jetzt. Weiter. Abgeschlossen! Jetzt geben die Verflucht noch mal dieses Geld her! Ich habe aber kein Geld! Ach, ich bin zu Hause! Was ist denn hier los? Er bedroht mich gerade mit so einem Schwert! Weißt du, was ich jetzt mit dir machen werde? Mama, ich gehe kurz in die Zeitmaschine! Warte kurz! Wow! Wo bin ich denn jetzt? Wer ist das denn? Komm mit! Yay! Zeitporte! Ach, unsere Zeitmaschine ist schon wieder abge... Ach man, hört damit jetzt auf! Ah ne, das geht mir jetzt zu weit! Ja, hallo! Guten Tag! Ich hätte gerne einmal Nasenspray! Sehr gerne! Das macht dann 5 Euro bitte! Dankeschön! Ey, das tut jetzt aber sowas von! Oh! Ah! Unsere Zeitmaschine ist gerade abgestürzt! Jetzt müssen sie es irgendwie hinkriegen, so rückzufügen! Warte mal! Ja, Matroschkas! Ja, Matroschkas gewinnen! Matroschkas gewinnen! Ja, Matroschkas gewinnen! Matroschkas gewinnen! Matroschkas! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Hallo! Na! Kann ich mir diese Waffe mitnehmen? Passt auf! Die ist höchst... Herrlich! Ey, sorry! Ich geh da mal! Tschüss! Wir sind wieder da! Mama! Du wirst aber niemals deine Mama wiedersehen! Giftstrahler! Wuhu! Ausgewichtigt! Und jetzt geht's dann! Verwobenschock! Brrrr! Das lass ich mir nicht gefallen! Musikschock! Brrrr! Nein! Bitte nicht! Ich helf dir mit! Brrrr! Nein! Wir haben's geschafft! Das kann ich jetzt nicht glauben! Danke, Leon! Ach, nichts zu danken! Nach so einem abenteuerreichen Tag! Ach, nein! Und? Ja! Nein! Baby, I'm sorry! Lilly! Ich bin gut! Und?